Ich gehöre zu wenigen Politikern, die zugeben, dass sie vom Krieg und vom Militär keine Ahnung haben. Die meisten tun ja so, als ob sie ganz genau Bescheid wüssten, was da passiert und wie es passiert. Deshalb verlasse ich mich auf vernünftige Militärs. Und General Milley, das ist der Generalstabschef der Streitkräfte der USA, hat gesagt, weder die Ukraine noch Russland kann siegen. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Das Zweite, der Berater des Präsidenten, mit dem ich bei Frau Maischberger war, sagte, es kommt eine Frühjahrsoffensive, da holen sie sich die Krim zurück und dann hat Putin verloren. Das Frühjahr ist vorbei, die Offensive hat das nicht geschafft, das heißt, Milley scheint recht zu haben. Deshalb bin ich dafür, so schnell wie möglich sofort einen Waffenstillstand zu machen. Gysi gegen Guttenberg Gysi gegen Guttenberg Gysi gegen Guttenberg